Die unbesiegbare Macht Roms, wie die Klauen eines Falken, hat sie sich ganze Kontinente einverleibt. Nur nicht dies kleine Dorf. Wo eine Handvoll unbezwingbarer Gallier es wagt, dem imperialen Adler Roms zu trotzen, ja ihm ins Gesicht zu lachen. Doch bald wird ihr schützender Wald prachtvollen Gebäuden weichen, sodass ihr Dorf nur noch ein unbedeutender Vorort ist, der sich anpasst oder verschwindet. Wisst ihr auch schon, wie diese ruhmreiche Stadt heißen soll? Das Land der Götter. Oh Majestix, wir müssen mit dir reden. Hier ist die neiner Besprechung. Soll ich meist ausrichten? Hüpp, was sollen wir tun, die Draculix? Jetzt kommt die Zivilisation. Wir werden ihren Wald roten. Ich wüsste da schon was, aber das wird euch nicht gefallen. Aua. Wir sollten den Römern eine Abreibung verpassen. Das war auch meine Idee. Hatten jetzt alle vom Zaubertrank? Nein. Zivilisten. Es muss uns was einfallen, wie wir sie loswerden können, ohne sie zu bauen. Ich habe euch verstanden. In Bezug auf was? Naja, so allgemein habe ich euch verstanden. Was kosten denn ihre Makrel? Weniger als in Rom. Sonderpreis für die Römerstadt. 40 Sesterze. Kaufe ich, danke. Ihr seid alle Schwachköpfe geworden. Oh nein, wir waren schon Schwachköpfe, bevor die Römer gekommen sind. Was wird denn Cäsar dazu sagen? Wenn er hört, dass Geil ja wie Römer leben wollen. Machen wir das da auf dem Erdboden gleich. Die ganze Arbeit war für'n Anus. Hier bin ich. Schnauze-Anus. Attake! Halt! Hier kommt keiner! Vorbei! Aus dem Weg, Wurzelzwärz! Aber um es positiv zu sehen, die Motivation ist ungebrochen. Und das ist doch supi. Oh, jetzt wird mir die Suppe versalzen. Oh, jetzt wird es gut.